Guten Morgen, das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Montag, den 2. Mai, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. IngerLab bekommt neuen Vorstandsboss. Der ehemalige Vorstand der HDI Deutschland AG, Patrick Samen, löst Matthias Böhring-Uhler als Vorstandsvorsitzenden des IngerLab Germany ab. Böhring-Uhler wechselt im Rahmen seiner aktuellen Amtszeit in den erweiterten Vorstand, der durch den HDI-Vorstand Sven Lixenfeld kompliziert wird. Neue Vorstände beim Volkswohlbund Selin Carstensen-Opitz soll zum 1. Mai Mitglied der Vorstände der Volkswohlbund-Versicherung und der Dortmunder Lebensversicherung AG werden. Die Diplom-Mathematikerin tritt die Nachfolge von Heike Behner an, die sich neuen Aufgaben im gesellschaftlichen und sozialen Bereich widmen möchte. Rheinland-Holding bekommt neues Vorstandsmitglied Ulrich Hilb hat mit Wirkung zum 25. April 2022 seine Tätigkeit als neuen Vorstand der Rheinland-Holding AG aufgenommen. Darüber hinaus wurde er an die Vorstände der Rheinland-Versicherungs AG, Rion-Versicherung AG und Credit Life AG berufen. Wird kranken mit neuem Vorstand Jonas Eickholt wird ab 1. Mai 2022 Vorstand der Wirdkranken. Er folgt auf Gerd Sauter, der auf eigenem Wunsch jetzt als Abteilungsleiter die Einheit Strategie, Produkt und Steuerung der Wirdkranken übernimmt. Gotha Leben mit neuem Leiter Innovation Niklas Hermanns wird zum 1. Juli 2022 die Leitung des Bereichs Leben-Innovation bei der Gotha Lebensversicherung AG übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Alina von Bruck an, die zum 1. Juli in den Vorstand der Gotha Asset Management AG wechselt. Jung DMS & C erweitert Rechnerwelt Die Gerd C Group Tochter Jung DMS & C stellt ihren angebundenen Partnern in Kooperation mit der ASIO Premium Vorsorge GmbH auch zahlreiche KV Zusatzrechner zur Verfügung. Und das war Ihr Versicherungsfunk Update für Montag den 2. Mai, präsentiert von die Bepro, die Lösung für Bestand und Provision. Untertitelung des ZDF für funk, 2017